Es beginnt ab heute ein neues Zeitalter. Ich habe angekündigt, dass 2019 sehr viel passieren wird und es ist viel passiert. Das Ziel muss es hier sein, die Nummer 1 weltweit werden. Was für mich so extrem ist, ist die Geschwindigkeit, wie sich alles verändert. Die Geschwindigkeit, wie wir wachsen, die Geschwindigkeit, wie der Mensch auf uns reagiert. Heute sind die Menschen offen und glücklich, dass sie einen Partner haben, der sagt, wir sind der Adler, wir schauen von oben drauf, wir können euch etwas zeigen. Nämlich, dass du einen Ansprechpartner hast, einen Menschen und der erledigt alles für dich. Ich liebe es bei der IVP zu arbeiten, da ich sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten habe und auch mit den Freunden zusammenarbeiten kann. Ich liebe die IVP, weil es keine Grenzen nach oben gibt. Weil ich mir die Zeit selber einteilen kann und ich selber bestimme, wieviel ich verdiene. Weil ich Träume und Ziele habe und sie nur in dieser Firma erfüllen kann. Komm selbst zur IVP vorbei und überzeug dich selbst. We love IVP!